Martin Weineck ist ein österreichischer Theater- und Filmschauspieler und Regisseur. Er spielt die Rolle des Inspektor Kunz in der Fernsehserie Kommissar Rex. Weineck absolvierte von 1983 bis 1986 sein Schauspielstudium bei Peter P. Joost. Ab 1986 arbeitete er zuerst in der Theatergruppe 80 in Wien und erhielt seine erste kleine Filmrolle in Nachsaison, wo er einen Liftball spielte. Im Jahr 1987 spielte er bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen unter der Regie von Georg Mittendrein in der Lechner Edi schaut ins Paradies und im Film Müllemanie unter der Regie von Dieter Berner, in dem er einen Müllmann darstellte. Es folgte ein Engagement am Jura-Säufer-Theater Wien sowie Engagements an anderen Theaterbühnen. Daneben betätigte sich Martin Weineck als Regisseur, Dramaturg und Produzent. Von 1990 bis 1991 hatte er die künstlerische Leitung des Herrnalser Stadttheaters inne. Zwischendurch war Weineck immer wieder bei Film und Fernsehen tätig, beispielsweise 1989 in der sechsteiligen Fernsehserie Calafatidio. Gemeinsam mit seiner Frau Eva, die nach dem Studium der Theaterwissenschaften zunächst als Dramaturgin arbeitete, ist er neben seiner Schauspielerei auch Weinbauer. Die beiden begannen 1993 als Hobbywinzer und bewirtschaften bei Heiligenbrunn 3 Hektar Weingarten bei einem renovierten Haus bei Hagensdorf. Film und Fernsehen 1989 Kalafatidio 1999 zu 2004, 2008 und 2010 Kommissar Rex 2004 Silenzium 2005 Grenzverkehr 2006 Unter weißen Segeln, Träume am Horizont 2007 Die Rosenheim-Kops, Liebe bis zum Ende 2008 Der Nikolaus im Haus 2010 Die Rosenheim-Kops, Tod im Kühlraum 2011 Sommer der Gaukler 2011 Der Mann mit dem Fagott 2013 Huber und Staller, der Tote aus der Klatschspalte